Lokalrundfunktage in Nürnberg 2016 und live hier auf der Bühne Max Giesinger mit 80 Millionen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen, ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Ich war das Zufall, unsere Begegnung, du warst schon draußen und kamst noch mal zurück. Du sagtest heim und mir fehlten die Worte, es war alles anders als ein Augenblick. Ich war nie gut und wahrscheinlich keins rechnen, aber das hier ist sogar es kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null und stehen wir jetzt hier. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen, Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Sing es mal! Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen, Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich gefunden. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Habt ihr jetzt wahrscheinlich alle schon zu Genüge gehört, ne, die letzten Monate? Okay, na die andere Version des Songs ja auch nochmal ein bisschen was eröffnet hat, Wollen wir die nicht komplett zurückhalten? So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen, Es wird nicht leicht, aber ihr schafft das so, denn ihr seid nicht alleine, Hinter euch stehen 80 Millionen. Hinter euch stehen 80 Millionen. Es wird nicht leicht, aber ihr schafft das so, denn ihr seid nicht alleine, Hinter euch stehen 80 Millionen. Und da ist der Laden, Hirsch, kann das Hirsch sein? Ist es im Hirsch? Ja, Hirsch, geil, dann sehen wir uns. Sieben uns, was ihr jetzt sehen da, ne, der Mann ist informiert, gefällt mir. Danke für alles, ciao!